Hey, komm mal, let's go! Hey, wassup? The fuck, man. Mit dich, Bitches, muss ich mich nicht mehr beeilen, man. Yeah, 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 we will see, motherfucker, man. Goddamn, brazy ass shit, man. Fucking red, scheiße, man. Vergessen, woher herkommt, motherfucker, man. Fucking red aus fürs Pussy, man. Yeah, scheiße, remember we got your back, we got your fucking back, man, huh? We got your fucking back, huh? We got your fucking back, huh? We got your fucking back, man, and you forgot it, man. Oh, oh, damn, man. Scheiße, man, du... Vergessen, woher kommst, man. Wir hatten einen fucking Rücken, man. Und du, mother... Oh, damn. Motherfucker, motherfucker, man. Ah! Der macht den Rücken weg von... Ahaha! Fuck you! Vier Männer... Ein Boot! Ein Boot! Ja. Ja. Gut! Das ist gut! Gabriel ist der Bruder im Geister, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ich! Alter! Okay, er hat sich selbst gerettet. Ich bin nämlich gerade am überlegen... Wow! Wow! Really?! Oh! Okay. Ähm... Lass nicht drüber reden. Es ist nichts passiert. Ja. Scheiße 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 Friendly Feuerscheh Friendly Feuerscheh What the fuck God damn She is crazy man God damn Such dir morgen einen anderen Job WTF Alter Ja klar Ari Ja Sekunde Ja 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 Das ist ja los Das ist ja los Ja 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 Kannst du mal da hinten hinspringen Ja Ja Moment Ähm Ja 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 Sagt man in Irland ne sagt man da auch so was wie ruchiraschtli Oh nein da haben sich zwei gefunden Scheiße Was Ja Sagen wir auch schon Was Orschtriffelie Oder sowas wie hartsraffelie Was hast du gesagt? Hartsraffelie Was? Was ist das? Was ist das? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Was kannst du nochmal sagen? Oh mein Gott. Sascha, du kannst nicht. Was hast du gesagt? Ich kann nicht. Das ist Harz Wachelin. Ja, ja. Sascha. Ja. So ein bisschen, ne? Du musst dir nicht etwas so stehen lassen. Ich war das nicht. Das ist hängen geblieben. Ich übernachte einfach im Gank. Ich übernachte einfach im Abstelllager. Ich übernachte einfach im Abstelllager. Ich rieche mich einfach. BOOM! Was? Mikrofon nötig. Das reicht. Was tut ihr? Wenn jetzt jemand reinkommt, ne? Kuckuck. 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 Ihr müsst dabei eigentlich noch wie so ein Huhn flattern. Meins? Ne, das ist ne Möwe. Muck, muck. Ich scharf. YA-N-E-N-E-N-E. Nöwe.